Ja, wir müssen weg. Hier, hört auf. Hier ist zu Ende. Hier mal kurz, der kommt nicht, dass wir ganz rauflaufen. So. Falls jemand viel verwundert ist, dann schnell heilen. 4%, ich heil mich mit einer Bandage. So, ähm, ja. Ich würde sagen, weiter nach... Ja, in die Richtung eigentlich. Wir müssen eigentlich ja nördlich auf jeden Fall. Nördlich wäre nicht schlecht, aber ich würde beim Kreis eher laufen, am Rand. Heil würde ich sagen, ja, B6, B5. Hier ein bisschen westlich, sonst laufen wir zu sehr in den Süden hinein, sonst kommen wir nicht mehr rauf. Also hier westlich komplett? Auto, 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 Auto. Aber ist wer drin? Niemand, oder? Okay. Werde es noch? Alles drin. Passt. Neu. Ah, scheiße. So eine Arschscheiße. Voll die Falle. Ach, Gott, muss man zu. Oh, ich schweb es zu. Oh, ich schweb es zu. Oh, ich schweb es zu. verdammt nein 13 14 wie mies ist denn das das ist ja genial leute weg gemacht der hat empfang seines lebens wie schnell ist bitte das auto explodiert das geht relativ schnell gut ok lernen wir daraus und vielleicht machen wir das ja das nächste mal auch prima passt